Fuck, da steht einer. Sag einmal. Oh, lol. Da vorne. Ah, da sind zwei gewesen. Ja. Da sind zwei. Und der andere läuft vor, die hast du gesehen, ne? Ja. Wo läuft der? Ja, vor ihm ist jetzt irgendwo gelaufen. Oh, da wird sich Pöller mit drei Schmerzmittel. Läuft, verläuft. Ja. Sauber. Und jetzt kannst du geben. Erste Hilfe Koffer. Genau. Oh, wir gehen rein, boys. So. Oh Gott, das war nah. Bin drin. Oh, das ist dumm, ey, mann. Holy shit. Down ist Party. Ich hab einen gekillt. Ich hab zwei Kills gemacht. Läuft, 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 läuft. Ähm, zwischen der Schule ist einer. Der kommt zu mir. Ähm, okay. Ich lauf zum Ziegelstein. Sehr schön. Bin hinter dir. Ist tot. Super. Noch einer. Hab ihn auch. Ist auch tot. Da kommt noch einer. Achtung. Nicht, nicht, nicht vorwenden. Da ist noch einer. Fuck. Jakob, komm mal raus und überleb mich wieder, bitte. Der kommt. Hab ihn auch ausgenockt. Und? Hab keine Muni mehr. Wie benutzt man jemanden? Wie bei? Ja, hier bei, weißt du, bei so einem kleinen Weg, der durchfältigt, geht halt so ein paar Millimeter höher, ist da hat mich hart geflippt. Ja, ist so. Er hat so Senkrebs nach oben, dann so um die eigene Achse getreten und dann irgendwann auf den Kopf gelandet. So wie im Film, weißt du? Digga, Datschi hat einfach OP ihr Auto. Ja, Mann. Könnt ihr das? Kannst hier einfach runterdriften. Könnt ihr das? Ganz entspannt fahren wir hier runter. Ja, ganz entspannt, bisschen scham. Alter. Was geht bei dem Auto ab? Ich sehe den da oben. Ja, der läuft da rechts. Nach rechts. Soll ich hoch? Ja, wenn du jetzt geheilt hast. Oh, lol, da steht einer vor mir. Lass ihn totzicken. Hä? Ach, du bist bei mir im Haus. Bist du in dem ganz großen Haus? Fuck, da ist einer. Fuck. Und hier? Lol. Der trifft mich nicht, ich bin verbuggt. Gut. Ich bin in der Tür verbuggt. Der trifft mich nicht. Komm rein. Der ist unbewaffnet. Ja, der ist verbuggt. Ja, er klemmt in der Tür fest. Der kommt nicht mehr raus. Ich komme hier auch gar nicht vom Traum. Hol ihn dir. Der ist verbuggt. Findet es? Nice, danke schön. Und hol mich. Alles gut. Flugzeug. Auto von hinten. Oh, stimmt. 2. 1. 1. 1. Holst ihn bitte. Holst ihn bitte. Der kommt. Der kommt von hinten. Pass auf von hinten. Von hinten. Von hinten. Von hinten. Ach Mann, was für ein Schein. Was für ein Kack. Was für ein totaler Kack. Ich sag es jetzt. Fuck, der ist bei mir als unsichtbar gerade eben. Der links, links, links. 2 Kills. Lol, Motorrad fährt vorbei. Gehör schlagen. Hab ihn gehittet nochmal. Hab ich auch gesehen. Oh ja. Ich hab ihm Headshot gegeben. Ja, ja, ja. Er ist ausgenockt. Super. Oh Gott. Oh Gott, sie ist bloß aufgelaufen. Als ob. Als ob die direkt in dir gelandet ist. Ja. Alter, 30 mindestens. Nein, ja. Pfff. Ein paar. Da klaut sich einer ins Dach. Oh Gott. Wow. Ich hab ihn ausgenockt mit der Pistole. Oh, der ist nicht klar. Fuck, dass er dukt. Hau. Alter. Doppelkill, Digga. Auto. Komm, versteck dich. Die holen wir uns. Achtung, die sind ausgestiegen. In der ersten Halle ist einer rein. Ja. Wollen wir stürmen? Ne, warten wir, bis die zu uns kommen. Ich hab Ozi. Die kommen zu mir. Die haben ein bisschen Wasser, aber nur ein wenig. Wenn sie rauslaufen. Wenn sie zu dir kommen, holt sie dir. Der kommt zuerst bei mir in der Halle. Ich hab ihn noch hart gehitet mit der Ozi. Ich hab ihn easy. Ich hab ihn voll rausgeweist. Mann. Die Granaten? Ja. Achtung. Ich werfe Granate. Ach, meine Gott. Hab ihm einen Kopfschuss gegeben. Granate, Granate, Granate. Kriegst du mich nochmal hoch? Ich weiß nicht, ob da noch einer ist. Ich sehe den nämlich nicht. Ich laufe, ich laufe, schau zu dir. Ja, Mann. Noch drei Leute müssen da sein. Come on. Lauf schon schneller. Ich sehe ihn. Wo ist er, wo ist er? Keine Ahnung, der chillt da hinterm Auto. Ah, ich sehe ihn. Einer kommt hoch. Ja, sauber. Hab noch einen ausgenockt. Und der letzte jetzt. Hol euch den. Beleben hat es mich nicht, ne? Hol ihn wieder, hol ihn wieder. Dritt dich um. Fakt, das wird zu knapp. Das wird zu knapp werden. Nein, das hört auf zu bluten, wenn man belebt. Oh Gott. Puh. Brauchst du noch Erste-Hilfe-Koffer oder so? Ich nehm Verbände eben. Da ist er, rechts hat der Stein-Luke davor. Ich hab's gesehen. Geh am besten an den linkeren. äh, linken Baum. Pit. Warte, warte, warte. Oder so. Da sind noch welche, ne? Das sind noch welche. Müssen da sein. Ich seh, ich seh, ich seh's. Wir müssen auch gleich move'n, Leute. Es geht bei denen zu. Das ist steig. Ist die Granaten noch? Nein, ne? Nee, habe hier keiner mehr. Wo kam das? Einer ist weiter. Hinter euch, bestimmt hinter euch. Hinter uns, ne? Ich meine auch, das war hinter uns. Einer ist beim Stein? Ich laufe einfach nach da, aber da ist keiner. Da ist keiner. Shit, shit, shit. Er hat mich geholt. Er ist von rechts rumgelaufen. Rechts rumgelaufen. Hätte auch machen müssen. Gehen beide rechts dahin. Zone zieht sich auch zu. Ratatat, mach ihn fertig. Nein, Muni leer, Muni leer. Ja, als ob. Ja, als ob. Als ob. Die Muni ist leergegangen. What the fuck? Digga. Ja, als ob. Untertitelung des ZDF, 2020